Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghost Recon ich hab mal wieder Bock auf das Spiel und ja was spielen wir denn heute? Spiel mal wieder unseren Aufklärer oder unseren Stoßtrupp ich würde sagen heute spielen wir mal den Spezialisten der soll ein Vollbart haben passt, passt, passt möchte ich aber nicht gehen wir erst mal shoppen Waffeln Panzerung Waffen Verbessern wir mal Reflex Visier Spezialzubehör Minderungsfeuer Dämpfer würde ich einfach mal sagen lassen wir so und wir zocken gleich mal ein Match Suche starten gute Eroberung muss nicht sein ich würde gerne auf dieser Map spielen so ja das passt von der Lautstärke her suche nach Spielern suche nach Spielern na komm das geht doch schneller das geht doch schneller ja wir haben wieder mal was gefunden nach sage und schreibe sage und schreibe zwei minuten so ho 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 verbinden mit Match Server oh ja ich spiele leute die ich nicht kenne mittel so jetzt kommen wieder unsere extremen pingschwankungen wie ich sie so gern denn wobei die alle schon im spiel sind wo ich noch lade verstehe ich zwar gar nicht aber wir lassen es einfach mal dabei fertig aus es kann auch sein durch die aufnahme die jetzt die jetzt hier läuft das ein bisschen länger dauert ja und ich spiele eigentlich wirklich nur wenn ich auf nehmen muss ich ganz ehrlich zugeben ich spiele nur wenn ich hier aufnehmen synchronisieren wie diese war wo das könnte jetzt ein bisschen packen so wollen wir doch mal gut haben wir zurzeit keine auch nicht gut erobern und halten sie den punkt finde ich ja nice so 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 ... ... ... ... ... komm halt die birne raus halt doch mal dein fressbrett raus komm 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 so hmm so du sollst dein fress halt doch mal dein fressbrett mir raus come one okay wir wollen es wissen wie es aussieht na komm halt's kopfle raus erst mal nachladen halt's kopfle raus na los na komm kopf raus halt doch mal dein scheiß Schädel da raus hmm ja 200 punkte immerhin ne plus 500 für den Sieg also ich will ja nicht lügen aber das war jetzt mal eine sagen wir so gelungene runde ja 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 ja